Toll in Augsburg, wir sind jetzt angeschraubt, der FC Bayern München für Toller 2-0. Ich bin jetzt ganz, ganz bitter, die haben jetzt auseinandergenommen, 4-0. Die aus Leber hat sich die Bayern zu Recht gelegt, die können auf Deutschland einfließen, und der Stoff, Toller 2-0 für den FC Bayern München für Toller 2-0. Und es ist noch ein Foul von Hümer, das ist die West-Sechste. Ja, vielleicht gibt es ja dann auch noch mehr Überraschungen heute. Ich sage Ihnen gleich, was das sich aussichert, auch gegen Bayern 0-4. 2-0-1-2, Hertha Dortmund 1-0. Schalke verliert mit Köln 1-2. Bremen und Hannover, was für den Kampf 1-3. Und unsere Ender-Programm-Verlängerung an 18 Uhr fließen Mainz gegen Stuttgart. Ich verspreche Ihnen noch die Schwange. Give a little bit, give a little bit of your love. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love.